Hallo und herzlich willkommen mit mir, den Eisenbanner MC zu einer neuen Folge Minecraft Horror Map. Ich habe denke ich mal eine gute Map. Naja, was heißt gute Map? Gefunden, die heißt Baldi Space Ticks in Find the Button. Baldi Space Ticks dürften glaube ich von euch viele kennen. Das haben sehr oft auf YouTube hochgeladen. Und nein, ich will das Spiel nicht spielen. Möchte ich mir nur so anmerken. Noch eine Sache vorweg. Ich werde auf Instagram öfters mal so Umfragen passiert auf meinem Kanal machen. Oder diejenigen, die keine Benachrichtigung haben und die Glocke aktiviert haben und halt trotzdem keine Benachrichtigung bekommen von mir. Können da auch gerne folgen, denn ich poste da natürlich auch, wenn ich da was Neues hochgeladen habe. So, dann würde ich sagen, wir beginnen dann auch mal. Regeln und so lese ich nicht durch. Hier ist der Map Creator hier. Okay, ich würde sagen, ich starte das Spiel. Ja, das ist die Musik von Baldi Space Ticks. Okay. Boy Space Ticks in Find the Button. Das heißt, in Minecraft müssen wir halt Knöpfe finden. Oh Gott, das sieht aus wie im Original. Nein. Nein. Nein, ich habe gleich mal ein Foto gemacht. Nein. Wie siehst denn du aus? Okay. Ja, danke schön. Wie kann ich das, kann ich das irgendwie aufnehmen? Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Kann ich das irgendwie aufnehmen? Nee. Ah doch, mit F. Okay. Oh Gott, nein. Ich muss rechnen. Zwei plus eins. Zwei plus eins. Drei. Hä? 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 Äh, falsche Antwort. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht renne. Nein. Was? Lass mich in Frieden. Lass mich los. Aua. Ja, ist ja schön, aber ich stecke irgendwie fest. Ja. Ähm. Ja, ist ja schön, dann lass mich hier mal bitte raus. Geht doch. Kannst du mich jetzt mal bitte irgendwo abschieben? Wo ich meine Ruhe von dir habe. Danke. Sehr freundlich von dir. Wie auch immer du heißt, wie auch immer du heißt, Sweeper oder so. Swiper, ach, keine Ahnung, wie der heißt. Wo ich Baldi's Basics geguckt habe, ist schon so lange her. Da ist noch eine Schere. Da ist noch eine Schere. Oh Gott, nein. Geht doch mal. Mhm. Sechs plus drei. Fünf. Hä? Das ist so genial umgesetzt. Oh nein. Bleib bloß weg von mir. Ja, ich renne nicht. Nein. Bleib bloß weg. Nein. Bleib bloß weg. Nein. Okay. Ich muss mich auch noch ein bisschen zurecht finden, denn ich kenne die Karte ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Baldi ist, der kastige Baldi. Okay. 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 Okay, da ist der Raum, wo man dann hinkommt, wenn man rennt. Okay, da ist eine Münze. Principal Key, okay. Nee, du lässt mich in Frieden. Oh, hi. Ich würde mich gerne in Frieden lassen, ja. Also, der sieht so bescheuert aus, der Baldi. Aber die Map funktioniert, also die Mechanik. Okay, ich habe jetzt Speed bekommen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Okay, hier waren wir ja schon. Jetzt hier lang? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich schon war und wo nicht. Oh, guck, guck. Ich gehe mal lieber woanders lang. Der Weg ist eh viel schöner, Baldi. Da ist ein Knopf. Vier haben wir. Vier plus sieben ist elf. Ach nee. Hä? Schwuppt. Falsche Zahl. Äh. Ach so, ich muss erst Knopf drücken. Da war ja was. Ich finde mit der Rechenmechanik bisschen blöd umgesetzt. Die funktioniert, glaube ich, nicht so ganz, wie es eigentlich sollte. 8 plus 2 ist 10. Gibt es hier eine 0? Ach so, da oben. 10. Ach so. Ja. 7. Falsche Antwort. Ja, ist schön, wenn du mir keine Rechnung gibst, dann kann ich ja nicht richtig antworten. Okay. Ich finde das so genial umgesetzt. Es ist sowas von genial umgesetzt. Ich feier das. Man kann einfach andere Spiele in Minecraft machen. Das habe ich ja schon Fall Five Night in the Dark Map ja schon gesagt. Es ist sowas von genial. Oh, hi. Du kannst gerne von mir wegbleiben. Das wäre sehr freundlich. Ich renne nicht, ne? Und schön, dass du Zombie-Sounds machst, Direktor. Bleib bloß weg von mir, du Drecksding. Das schiebt mich nämlich um die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, schön, dass du mich siehst. Burst the Button, okay. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep sweep sweep. 3 plus 2, 5. Das kriege ich immerhin noch hin. So, jetzt muss ich jetzt das hier, das ist rumgewappelt, damit ein Bildschirm lösen. Ich sag mal, per just for fun. Ja. 10. Was war denn das denn das Sound? Schön, dass ich auch raus darf. Sehr freundlich. Ich weiß überhaupt nicht, für was die Schere ist gut. Achso, damit kann ich mit dem Playtime oder so wie das heißt. Ähm, dann da durchschneiden. Kann ich das aufnehmen? Nö, irgendwie nicht. Oh, Mist. Verdammt, ich hab meinen Schlüssel weggeschmissen. Egal. Ich geh da mal lieber. Nö. Bleib bloß weg von mir. Da ist noch ein Button. Ich mein, so schwer ist die Map gar nicht. Ähm. Achso, ja. Knopf drücken. Ich find das hier total bescheuert. Das hätt ich, hätt ich bisschen anders, halt besser gemacht. 6 plus 3. 9. Boah, das sind so schwere Aufgaben. Und da schätze ich mal 6. Ich bin heute immer so bisschen schmutzig. Ich bleib bloß fern von mir. Es ist gewollt, dass da eine Kiste so mitten im Raum steht. Okay, da ist eine Münze. Nehm ich mit. Ein Knopf fehlt mir noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bleib bloß fern von mir. Boah, ich lauf so fuckelig. Das ist ja wirklich widerlich. Nein. 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 Lass mich los. Nein. Nein. Lass mich los. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Nein. 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 ahnung wo der ist okay das war die map boldys base sticks in find the button ich bewerte mal kurz die map boldy sieht beschissen aus mechanik funktioniert boldys allerdings so wenn man sieben wie viele knöpfe 65 knöpfe hat allerdings noch ziemlich langsam vom original spiel her finde ich persönlich also ich habe da so ein paar videos dazu gesehen es geht wenn man sich zurecht findet ist das spiel eigentlich relativ einfach die map relativ einfach grafik sieht fast original aus dem spiel also die mechanik funktioniert prima die map ja war anfangs bisschen ruckelig es läuft jetzt aber wieder flüssig gut hier in der lobby hier ist ein bisschen ruckelig aber sonst läuft es eigentlich ich finde an sich finde ich die map gut umgesetzt also vom original spiel falls ihr mehr wollen die space sticks in find the button sehen wollt schreibt das gerne in die kommentare dann bring ich gerne noch einen zweiten part raus und dann sage ich auch ciao bis zum nächsten mal euer bei und denkt an instagram folgen nicht vergessen